Queensland an der Nordostküste Australiens gehört zu den beliebtesten Reisezielen auf dem fünften Kontinent. Lange Strände, tropisches Klima und die immergrüne Natur vermitteln hier das ganze Jahr über Urlaubsstimmung. Das touristische Zentrum NordQueenslands ist die Stadt Kairns. Über eine Million Besucher verzeichnet der Ort jährlich. Und das zu Recht, denn das Angebot an Touren in die herrliche Umgebung ist groß. Für Naturliebhaber bietet sich eine Wanderung durch die nahegelegenen tropischen Regenwälder an. Gefährliche Reptilien dagegen sollte man lieber in der gesicherten Umgebung einer Farm besuchen. Die Hauptattraktion der Nordostküste Australiens ist jedoch das Great Barrier Reef. Das größte Korallensystem der Erde ist Lebensraum tausender Meeresbewohner. Ein Eldorado für Schnorchler und Taucher.